Die Gedanken sind frei Die Gedanken sind frei Ja, ich bin frei Ich bin ein Gemüse, aber ich bin ein Gemüse und ein Ding, das uns beeinflusst Ich bin ein Gemüse Ich bin ein Gemüse Ich bin ein Gemüse Ich bin ein Gemüse Nein ich bin ein Gemüse Jetzt kommt die hier. Ja, Prost, Rock. Na, Ruhurra. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich will entsorgen, entsagen und will mich auch nimmer mit Grill verblagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen. Den vorbei. Die Gedanken sind vorbei. Ja, Mann! Ja, Mann! 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 Mazzie! Whatever it takes Cause I love the adrenaline in my veins I do whatever it takes Cause I love how it feels And I'm ready to change Servus! Servus! Wie heißt du denn? Wo kommst du her? Ich bin Mazzen Ich komme ursprünglich aus Syrien Und ich wohne in Deutschland, in der Nähe von Stuttgart Seit wann bist du in Deutschland? Ich bin seit 6 Jahren, 2015 bin ich nach Deutschland gekommen Hast du vorher Deutsch gern schon? Nein, hier erst, also in Deutschland Ich freue mich voll, dass du weiter bist, ehrlich gesagt Ja, ich mich auch Gut gemacht, Marc Du bist meine Lieblings Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, Mazzen herzlich willkommen im Team Marc Erstmal fand ich die Songauswahl Glaub ich, sowas habe ich hier Noch nie gehört Irgendwie so ein, wie nennt man das ja Ein Volksliedchen Ein gesungenes Kindergedicht fast Die Gedanken sind frei Irgendwie hat mich das mitgenommen und total berührt Und so wie du es jetzt gesungen hast Habe ich wirklich Habe ich zugehört und dachte so Ja man, die Gedanken sind frei Und das soll auch so bleiben So ist es Dieses Lied ist mir total wichtig Also die Bedeutung, die das Lied für die ganze Welt trägt Also das löst etwas in mir wirklich Also weil, wo ich war Ich konnte nicht mich äußern Oder einfach die Meinung sagen Ja Aber hier kann ich meine Meinung sagen Deswegen habe ich das auch auf Arabisch gesungen Damit auch alle Leute Die tolle Bedeutung vom Lied bekommen können Man merkt, du hast was zu sagen, du hast was zu erzählen Und ey, ich freue mich auf unsere Reise Herzlich Willkommen Dankeschön, Dankeschön Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank